Charlie. Charlie! Hier gut, halte Charlie! Charlie wie Tollo! Was sind das denn für Typen, die dich Charlie nennen? Ihr seid doch so Techno-Typen. Ihr steht da doch drauf, wenn sich alles wiederholt. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. Was ist das für ein schottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track. Den spielst du mir grad vor. Das ist super. Und ob das super ist? Das sieht toll aus! Ich hätte nie gedacht, dass das so'n großes Ding wird. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Ja, also nein. Jedenfalls nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt. Ab jetzt ist Magical Mystery Time. Diese Mucke hier! Die halten die Astros aus! Die haben impost, die nur noch nicht gewählt. Dramatische Zähne, die gets guckt. Und jetzt beczyst du mir jetzt! Und jetzt ist die Mucke hier! Das ist die Mucke hier! Und jetzt mal los ... Und jetzt ... und jetzt noch los ... Und jetzt mal los ...